Schimmel Schimmel 3. Mai, 4. Mai, welcher Tag ist einerlei? Immer steht vor deiner Tür irgendein Kassier. Ob es März, ob August, jeden Tag du zahlen musst. Einmal Steier, einmal Gas, immer gibt's etwas. Alle geben sich noch ein Antidierschnallen in die Hand. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitze und kostet sehr viel. Damit auch der kleine Mann sich diese Freude lästen kann. Immer wieder fährt man weg und trat sich doch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringelspiel. Der Herr Franz ganz diskret mit sein Flirt im Brat geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt ihm dran? Mit Gaudet und Bachel vorn beide Karussell. Plötzlich ruft sich Franzl, schau, ist das nette Frau? Jo, schreit er fix laut und stern mit mein Zimmerherrn. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitze und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich diese Freude lästen kann. Immer wieder fährt man weg und trat sich doch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringelspiel. Das ist ein Ringelspiel, das ist ein Ringelspiel. Das ist ein Ringelspiel. Das ist ein Ringelspiel. Das ist ein Ringelspiel. Untertitelung. BR 2018